UNTERTITELUNG Backbord Diesel Mit C-Wasser geflutet Kurbelgehäuse und was übliche, abgesoffen Steuerbord Diesel Ist gefassen von 2,3, ich weiß Was ist mit den Batterien? Beschädigt 300 Ampere vor, 208 an Ich kann die Beschädigten zählen überdrücken, aber vielleicht 308 an Ja, genau, da hat ich Das habe ich gerade mal für die Belagung Ein bisschen rumkarrieren vielleicht Ich empfehle ihn, dann kannst du das Ich sorgte dafür, dass deine Jungs die Uhr vorbeirgen Falka! Wofahrt mir die Uhr absetzen Position AL 8532 Alle Maschinen ausgefallen Manövrieren fähig Erwart eine Hilfe Alle Maschinen Als ich sags Aufschrauben Ausatmen Vielen Dank.